Gut, hier haben wir nix mehr. Wo ist der Typ? Der müsste laut Rallar hier so sein, oder? Ah! Maximale Panzerung! Na? Oh! Fahrenfeld aktiviert! Ähm, ja. Da sind noch mehr. Einmal er hier und sitzt da eine drin. Ja, aber er guckt woanders hin. Okay, ciao. So, wie mache ich den hier weg? Einfach technikieren. Große Arbeit sind wieder online. Kommen Sie zur Landezone. Machen wir, können wir das Ding hier nehmen? Oh, cool. Nein. Oh, ist ja witzig. Ich glaube, das fällt so sehr auf, ne? Wow. Ja, ja. Ein paar Waffen mitnehmen sollen, ne? Wo ist denn? Wo ist deine Waffe? Hm. Gar egal, wir machen uns jetzt weiter. Die Landezone wird überrannt. Psycho und ich stoßen zur Signalposition vor. Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Um den müssen Sie sich zuerst kümmern. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Einen ganzen verdammten Stützpunkt. Aha. Trotzdem hier dann zuerst. Hoppala. Der war knapp. Also laufen wir auch auf den Straßenpatrouillern rum. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich meine, halt nicht der Anzug. So, muss ich hier hoch? Ah, ne. Ich hab mir das Auto nehmen sollen. Da hinten laufen drei. Maximale Panzerraum. Oh, hier ist Einzelfeuer? Das wär cool. Okay. Okay. Zwei hier. Einer da hinten. Ne, auch zwei. Drei. Oh je. Ähm. Ja, ja, ja. Ich glaube, ein Gefängnis ist er hier. Fahrenfeld aktiviert. Okay. Energie kritisch. Dann klausch. Okay. Oh, ich habe hier. Jetzt kommen hier so. Da hinten rufen sich ein. Das war jetzt ein bisschen. Was ist das Fahrzeug hin? Nee. Dafür bin ich jetzt blind. Ah nee, da ist es. dort ist es. Ok, dann ruhe ich mir ihn hier zuerst. Ähm, da ungefähr. Und da. So, hier waren noch zwei weitere. Ja, wo ist er hin? Der weiß. Ok, gut. Ja, ja, machen wir. Oh, ist da ein Zweisautom? Wo kommt das denn her? Das war eben noch nicht da, oder? Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Oh, hi. Okay. Hochfürsache mit Pistole. Hm. Ja, aber die sind eingesammelt. Okay. Ähm, ja. Dann geh mal weiter. Spielgespräch hat. Schöne Insel, ne? Mir gefällt's hier. Maximales Tempo. So, was haben wir da hinten? Hm. Nix zu sehen. Okay. Oh. Hi. Hallo, ich trenne dich durch. Lass mich... Naja. Ihn hab ich besser getroffen. Danke. Oh, hi. Wo ist deine Waffe? Wo bist du? Egal, nicht so wichtig. Oh. Wir haben auch schon erwischt. Und zwar, ein Fahrzeug steigen, das brauchen wir nicht. Ah stimmt, wir hätten uns das Boot da hinten nehmen können. Einfach rüberfahren. Naja. Ja, jetzt hat's aber keinen Spaß gemacht hier lang zu laufen. So, wir müssen Speed hier wieder. Maximales Tempo. Nomads, Sie nähern sich einem Gebiet mit starker Feindaktivität. Halten Sie den Wald an. Maximale Panzerung. Wenn die Sie entdecken, fordern Sie Unterstützung an. Aha. Aber ich möchte... Ich möchte... Sag mal her, da ist einer. Der pennt aber. Und der hier? Macht auch nichts. Na? Was? Wie... Wie haben die da hinten das mitbekommen? Okay, ich muss ein bisschen Sneaklier spielen scheinbar. Ah, ich brauche doch Munition. Oh. Fahrenfeld aktiviert. Okay. Hier vor mir, okay. Energie kritisch. Was? Oh. Den habe ich aus der Sehne erwischt. Das war keine Absicht. Na gut, gehen wir mal weiter. Zeig mal her, was haben wir hier? AVA-Kontrollpunkt. Da sind zwei, okay. Mal wieder hier ins Gebüsch. Ah, hier ein Hinweis, dass man das Fernglas benutzen soll, okay. Aber... Ich sehe hier nichts weiter. Nee. Was? Noch mehr KVA-Truppen. Sie kommen auf sie zu. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Bade. Keine Gnade. Keine Gnade. Das ist genauso. Fahrenfeld aktiviert. Okay, hier sind zwei. Hier sind drei. Maximale Panzerraum. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Fahrenfeld aktiviert. Na, wenn du wüsstest, mein Freund. Es sind fünf. Sechs. Oh, hi. Nein, nein, tut's nicht. Gesehen. Fahrenfeld aktiviert. Okay, man kann auch noch ein Fässer schießen. Ahem. Fahrenfeld aktiviert. Zu wissen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ja. Fahrenfeld aktiviert. Habe ich das Ding kaputt geworfen? Haha. Aber es ist noch einer. Maximale Panzerraum. Okay, man sollte schon zielen. Aber gut. Haben alle platt gemacht. Mann, na, Mann. Ja, ich versuche ein bisschen aufzupassen. Motion ist voll. Schön. Dann können wir herweitern. Ah, nix zu sehen. Es hat doch nicht so auf der Straße laufen vielleicht. Nomad, laut JSOG hat die KVA auf der östlichen Halbinsel einen Gefechtsstand. Infiltrieren Sie ihn und suchen Sie Informationen über feindliche Stellungen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Roger. Wir haben nicht viel Zeit, Nomad. Aktivieren Sie den Sprintmodus. Okay. He he. Maximales Tempo. Energie kritisch. Ja, bin ich ja sehr weit gekommen. Oh, da sind zwei. Maximale Panzerraum. Oh. Denken Sie, Sie haben mich gesehen? Wir sind hier auf einen Kontrollpunkt der KVA gestoßen. Da kommen Sie nur mit ordentlich Feuerkraft vorbei. Besorgen Sie sich ein paar Granaten. Ach, komm. Da treibst du mir nicht deinem fetten Boot. Okay. Maximale Panzerraum. Hm. Okay. Ich muss jetzt noch ein bisschen üben. Okay. Nur noch Munition. Ähm. Ich glaube, ich geh mal hier oben lang. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Ach, nee. Nee. Naja. Den Sneaky Aspekt habe ich nicht so drauf. Energie kritisch. Maximale Panzerraum. Ach, bin ich gesehen. Okay. Was? Wirklich? Oh. Woah. Ah, komm raus. Was? Ah, wie ist das? Was? Oh, geht's. Oh, das ist ja! Oh, was. Oh, da war das... Also, super riesig. Oh. Oh, oh, oh. Oh! Oh, na, oh. Oh, das ist ja das. wirklich nicht ich habe so richtig gut ok Munition, gib auch deine Munition, ah das ist schon für ein Fall was haben wir hier, Munition und Spittelgranaten rauskippen Ok, Munition Pon! Ja, die Gerüte! Oh, dass es gut geht! Wua-oh, wie geht's denn das? Das ist so gut! Rot am Ufer, Balkan oder der hier? Ich glaub in dem Wohlfrau mich auch nicht anlegen, das zeige ich hier nicht. Maximale Tempo, Energie kritisch. Dann zeigt man die Karte, ja, Richtung passt. Nomads, Sie nähern sich jetzt dem Gefechtsstand. Aktivieren Sie den Tarn-Bodus und schleichen Sie sich rein. Maximale Unserung. Ja, wenn ich den Tarn-Bodus hier aktiviere, komme ich nie da an. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Zeig mal her, da ist einer. Da oben sehe ich keinen, okay. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Naja, da läuft noch einer. Wo ist der Typ hier hin? Iho, ich bin. Ach so. Energie kritisch. Oh. Hi. Wo kommst du denn her? Warum so negativ? Okay, scheinbar kann ich es doch markieren und dann sehe ich in welche Richtung sie gucken. Maximale Panzerung. Geister! Fahrenfeld aktiviert. Oh, nein, da ist auch einer. Wehe, vom Wasser aus schießt das Boot. Fahrenfeld aktiviert. Oh, das Boot, genau. Kann ich damit das Boot abknallen? Das wäre witzig. Oh, dann können wir auch in die Richtung schießen, okay, ne? Ja. 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 Ja.